Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich euch die Quest Leveling der Nachtgeburvenen anzunehmen bei ETA Sonnenherrschaft in die Halle des Wächters auf der Ebene die Bibliothek des Wächters an dieser Position, hier sieht man auch die Koordinaten, Name Request an und wie man sieht darf ich ins Purpur-Bekicht, das Gute ist er macht mir jetzt ein Portal auf, ja ich warte und darf dann dieses Portal hier anklicken theoretisch könnte man auch so hinfliegen glaube ich habe ich nicht versucht werde ich auch nicht versuchen befinde mich nun hier an dieser Position, hier sieht man auch die Koordinaten, darf noch ein bisschen laufen, hier sieht man auch den Weg der Rest ist abzugeben bei Arcanistin Rihanna in Suramar, an dieser Position, hier nochmal die Koordinaten, hoff ich konnte euch helfen, Tschau!